Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in unserem nächsten Hangout on Air in der Reihe Collaboratory 7. Für alle, die jetzt über Twitter oder irgendeinen anderen Link kurzfristig zu uns gekommen sind, sei noch ganz kurz erklärt, was der Hintergrund ist. Das Collaboratory, ein Think Tank, der versucht zu fragen aus dem Bereich Internet und Gesellschaft, unterschiedliche Menschen zu Diskussionen zusammenzubringen. Unter anderem haben wir das in den letzten Monaten zum Thema Bildung und Lernen in der digitalen Gesellschaft gemacht. Daraus sind verschiedenste Ergebnisse entsprungen und eines davon ist diese Reihe von Expertengesprächen, die wir über Hangout on Air veranstalten. Wir haben heute uns ein Thema gesetzt und drei Gäste eingeladen. Leider sind aber nur zwei gekommen. Wir müssen kurzfristig Tina Deimel-Seibt entschuldigen, die verhindert ist. Was wir traurig finden, aber was uns nicht bremst, wir werden beim Thema Wie lernen wir übermorgen mit David Rödler und Bastian Hamann sprechen. Die beiden haben genau zu dieser Frage im Rahmen der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft gearbeitet und wollen jetzt ihre Thesen, Vermutungen, Prophezeiungen uns vorstellen. Der Titel insgesamt, Wie lernen wir übermorgen? Ein Blick in die technologische Zukunft des Lernens. Über Augmented Reality, Holographie, Neurointerfaces etc. Bin ich sehr gespannt, was wir da gleich hören werden. Für alle, die das Format das erste Mal miterleben, wir werden einen Input von etwa einer Viertelstunde, 20 Minuten haben. Sie sind herzlich eingeladen, schon währenddessen zu diskutieren. Sie sollten, wenn Sie das jetzt nicht in der Aufzeichnung sehen, sondern live unter diesem Video ein Chat sehen. Da können Sie sich über Gast einen Namen aussuchen oder über Facebook oder Twitter oder irgendwas anderes anmelden. Wenn Sie eine Frage stellen und unsere beiden Experten reden noch, dann kopiere ich mir die Frage heraus und stelle sie nachher in den zweiten 20 Minuten, wo wir uns mehr Fragen, Antworten, Diskussionen, Kommentaren widmen wollen. Und nach gut 40 Minuten, vielleicht 45 Minuten, sollten wir fertig sein. Falls Sie diese Aufzeichnung hier als Aufzeichnung sehen, herzliche Grüße in die Zukunft. Sie können dann schon mal entscheiden, ob die Prophezeiung wahr geworden ist oder nicht, je nachdem, wie weit Sie in der Zukunft sitzen. Aber ein bisschen Zeitreise können wir schon mit diesem Tool hier. Jetzt freue ich mich sehr über unsere beiden Gäste. Und David Rödler und Bastian Hamann wollen uns jetzt ein paar Folien vorstellen, die Sie mitgebracht haben. Das in den nächsten Viertelstunden oder 20 Minuten. Ich freue mich sehr. Los geht's. Gut. Wer startet? Also erstmal vielen Dank für die Einführung, Jöran. Vielleicht sollten wir uns vorstellen, Bastian, oder? Bevor wir loslegen. Ja, können wir gerne machen. Mach du mal zuerst. Okay. Bastian Hamann. Ich habe Philosophie und Informatik studiert, in einer Verwaltungsmodernisierung, in einer Beratungsfirma gearbeitet und bin jetzt IT-Leiter einer kleinen Hochschule. Genau. David? Ja, ich bin seit über 15 Jahren, glaube ich, fast schon selbstständig. Berate Social Media und EU-finanzierte Projekte, aber bin auch sehr in der Bildung aktiv. Zuerst über zehn Jahre Erwachsenenbildung und jetzt immer mehr auch universitäre Lehre. und ich wende in beiden Feldern Social Media sehr gerne an und experimentiere mit innovativen Formaten. Ich glaube, wir können unsere Präsentation starten, oder? Ja. Okay, ich kann ja mal anfangen, David. Ja, wir haben uns, wie gesagt, mit der technologischen Zukunft des Lernens beschäftigt. Das war dann letztlich ein Wechselspiel zwischen Anschauern verschiedenster Quellen. Also haben einige Reports dazu gelesen, haben versucht, uns eine Meinung zu bilden dazu, welche der Trends, die man dort feststellen kann, am wichtigsten sind. Haben uns dann immer wieder schöne Zukunftsvisionen von Firmen im Internet angeschaut oder Science-Fiction-Literatur diskutiert, uns das gegenseitig hin und her geschoben. Und dabei natürlich immer wieder auch, sind dabei immer wieder auch auf Fragen gestoßen, die unsere Gesellschaft betreffen. Zentral allerdings haben wir versucht, so ein paar Trends zusammenzufassen und daraus jetzt für die Präsentation drei herausgegriffen, die wir mal so ganz kurz an Beispielen illustrieren wollen, damit wir ja quasi ein Feld haben, auf dem wir uns dann unterhalten können. Wir wissen ja nicht genau, wer jetzt heute alles zuschaut oder in der Zukunft. Genau. Insofern einfach mal ein paar Sachen dazu erzählen. Ähm, okay. Trend 1. Vielleicht können wir die Folie wechseln. Genau. Heißt, Transformation von klassischen Lerninstitutionen und Bildungsparadigmen. Ähm, können wir gerne auf die nächste Folie gehen. Genau. Also, ein Thema, das uns diesen Sommer, glaube ich, alle sehr stark beschäftigt hat, waren die MOOCs, Massive Open Online Courses. Ähm, also, ja, frei übersetzt große, offene Online Kurse. Ähm, ist ein ganz spannendes Beispiel dafür, wie stark sich da im Moment ein ganzes Feld zu verändern scheint. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass die, äh, dass die MOOCs als der Napster, äh, Napster-Moment der Hochschulbildung äh, betrachtet wurden. Das heißt, in, äh, Anspielung und Analogie auf das, was in anderen, äh, Bereichen wie Verlagswesen oder in der Musikbranche geschehen ist, ist jetzt die Hochschulbildung dran und, äh, wird durch die digitale Revolution komplett überrollt und überarbeitet. Ähm, spannend an dieser Entwicklung ist vor allem, dass das anscheinend sehr viele Menschen mit sehr viel Geld genau so sehen. Ähm, ich glaube, in den Vereinigten Staaten sind alleine die drei großen Projekte, die es dazu gibt, äh, naja, okay, es gibt mehr, aber, äh, drei, äh, sind da sehr, sehr auffällig gewesen. Im letzten Jahr Addicts, äh, von Harvard und dem MIT, Coursera von zwei Stanford-Professoren gegründet und Udacity, ähm, als reine Online-Universität von Sebastian Thrun, äh, von Google und auch als Stanford-Professor for Artificial Intelligence, ähm, ähm, genau, von ihm gegründet, ähm, haben insgesamt, glaube ich, ungefähr 100 Millionen Dollar eingesammelt, um ihre Projekte langfristig umzusetzen. Das heißt, da entstehen neue Geschäftsmodelle, ähm, und sie entstehen mit sehr viel Kraft, äh, haben sehr viel Fahrt aufgenommen und, äh, man kann, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass sich in diesem Bereich einiges ändern wird. Das als ein Beispiel. Ähm, vielleicht können wir auf die nächste Folie gehen. Genau. Ähm, hier haben wir einfach mal kurz, äh, zitiert aus dem Pew Internet Report, äh, zu Higher Education. Ähm, Ich lese das mal vor. Under current and foreseeable economic conditions, traditional classroom instruction will become decreasingly viable financially. As high-speed networks become more widely accessible, tele-education and hybrid instruction will become more widely employed. Das sagt ein Senior Researcher, ist einfach nur ein Beispiel, äh, von vielen, vielen Stimmen, die dort zusammengefasst sind. sehr interessanter Report, ähm, ja, ähm, spielt, soll einfach nur noch mal illustrieren, äh, was ich gerade schon erzählt habe, zur, ähm, auch zur finanziellen, äh, Wucht, die hinter dieser Entwicklung steht. Ähm, ja, ähm, Okay, dann will ich mit der nächsten Folie mal an David übergeben. Genau, also das wäre hier so ein Beispiel von Tele-Education, so wie wir das jetzt hier auch haben. Was ich an dem Foto irgendwie ganz nett finde, das ist zwar noch diese klassische, äh, Klassenzimmer, äh, Setting, aber, 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 das, das war die, die Probe, weil, weil alle diese, diese Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer verstreuen sich dann in alle Welt und, und sind dann, äh, nach diesem Test weiterhin verbunden über diese Online-Konferenzlösung, so wie wir es jetzt auch haben. Also, dass das, dass das Lernen eben an, an jedem, an jedem Ort stattfinden kann, äh, dass, dass auch diese Videokonferenzlösungen, äh, von, von, von verschiedensten Endgeräten verfügbar sind. Also, ich hatte hier vorhin unseren, unseren Hangout an, an meinem Android, äh, Smartphone, äh, gestartet und das ist eigentlich ganz faszinierend, wie das funktioniert und das wird sich natürlich jetzt noch in technologischer Hinsicht sehr bald fortsetzen, wenn, wenn Google Glass kommt, ja, also diese, diese, diese neue einäugige Brille von Google, wo wir dann später auch noch, auch noch Screenshots haben, äh, glaube ich, ganz faszinierende Möglichkeiten, für, für das auch Kontext, äh, entsprechende Lernen eben an, 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 an jedem Ort, äh, und in Verbindung mit anderen über, über, über eine Form dann von, von Videokonferenz. Ja, ich glaube, wir gehen wieder einen Schritt weiter. Genau, also ich glaube, diese, dieses Zitat beschreibt, beschreibt gerade auch dieses individuelle, just in time, äh, learning, das, das eben mit diesen Technologien, äh, möglich wird. Ja, wir können uns dann auch in der Zukunft die Aufzeichnung von, von diesem Hangout, äh, ansehen, oder, oder wir könnten über, über Social Networks, äh, sehr, sehr schnell, äh, mit, mit anderen Interessierten zusammenkommen, um, um uns auszutauschen. Vielleicht ganz kurz als Ergänzung, David, hier zu der Folie, ähm, um das so ein bisschen einzunorden, was da steht, das ist auch aus diesem Pew Report, ähm, on Higher Education, äh, steht obendrüber, 60 Prozent haben dieser Meinung zugestimmt, die anderen 39 Prozent, ein Prozent war nicht in der Lage, ein Kreuz zu machen, vermutlich, ähm, die anderen 39 Prozent haben gesagt, das wird mehr oder weniger so sein, wie jetzt, da geht es um einen Zeitraum von noch nicht einmal zehn Jahren, ähm, ja, und das sind, äh, circa 1000 Experten aus verschiedensten Bereichen, die dazu befragt wurden, äh, soweit ich weiß, nur in den USA, ähm, ja, aber so, einfach nur zum, zum Verständnis. Und ich glaube wirklich auch diese Mass Adoption of Teleconferencing, ja, das, das findet gerade jetzt statt, wo, wo mit Google Hangout diese Technologie irgendwie kostengünstig für viele, äh, zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Ja, bitte einen Schritt weiter, genau. Äh, traditionelle Face-to-Face Education wird, wird wahrscheinlich ein, möglicherweise, Privileg, äh, werden, äh, äh, aber wir, wir, wir glauben, dass, dass eben genau das, von dem wir vorher gesprochen haben, haben eher, eher der, der Massen, die, 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 die Massen betreffen wird. Magst du noch ergänzen, Bastian? Ähm, ich fand das interessant, was der Tapio Varis, äh, hier gesagt hat, ein emeritierter Professor, ähm, ähm, dass er glaubt, dass das aus, äh, außerdem auch noch den, äh, den Standard der Ausbildung, äh, in vielen Bereichen, äh, etwas absenken wird. Und das ist eben ein, äh, äh, ein, äh, ein, äh, ja, ein Bedürfnis nach einer globalen Standardisierung in einigen, äh, Feldern geben wird. Ähm, ja, man, man, man kann sich vorstellen, oder im Moment wird, glaube ich, gerade heiß diskutiert, ähm, die, das American Council on Education hat gerade einige dieser MOOCs, äh, zugelassen, also sind jetzt quasi, äh, creditwürdig, ähm, das heißt, man, man kann solche Dinge jetzt online machen, ähm, und solange man beim Test, äh, bestimmte Anti-Cheating, ähm, ähm, also Maßnahmen gegen das Betrügen, äh, ähm, äh, einhält, was meinetwegen in Lernzentren weltweit sein könnte, ähm, dann, äh, werden diese Kurse angerechnet. Das heißt, man kann dann unter Umständen schon an die Uni kommen und sagen, ich habe hier drei Online-Kurse schon im Vorfeld gemacht, ähm, und die werden einem dann halt angerechnet. Ähm, andere Variante wäre, dass, äh, dass die Universitäten, äh, Anfang Kurse von Koryphäen der Lehre, äh, die, weiß nicht, an den Ivy League Universitäten oder irgendwo anders erstellt wurden, von, also wirklich, ähm, weltweit anerkannten, anerkannten Leuten, ähm, dass, äh, dass diese Kurse lizenziert werden von kleineren Universitäten und, äh, dass das halt genutzt wird, um die Kosten zu senken. Das ist, ähm, ja, halt letztlich die treibende Kraft hinter all diesen Entwicklungen, ähm, und das hat sich uns auch immer wieder gezeigt, dass, äh, zwar einerseits Technologien natürlich notwendig sind, ähm, gerade im Bereich MOOCs ist das aber alles nicht neu. Alles, was da genutzt wird, haben wir eigentlich schon länger. Ähm, jetzt kommen aber, äh, Geschäftsmodelle dazu. Äh, es wird für die Leute interessant, gerade im, ähm, Umfeld von Big Data und, und, äh, Learning Analytics, ähm, daraus eventuell Geschäftsmodelle zu zimmern. Ähm, und, ähm, das verleiht dieser ganzen Entwicklung gerade sehr, sehr viel Kraft. Genau. Okay. Gehen wir einen Schritt weiter? Genau. Äh, interessant finden wir auch, dass, dass sich wahrscheinlich die Bewertungssysteme, also traditionelle Benotungen, zum Beispiel, oder ECTS-Punkte sammeln, äh, wird, wird sich wahrscheinlich, äh, verändern, in dem, in dem Maße auch, in dem die, die Angebote immer, immer mehr Peer-to-Peer werden und eben nicht, nicht formalisierte Angebote sind. Und, und, äh, das, was der, der Cloud-Score macht, irgendwie im, im Bereich der, der Social-Media-Reputation oder Reichweite, die dort Personen haben, äh, äh, das kommt dann auf der nächsten Folie, sind dann die, die Open Badges, die, die schon ganz, ganz spezifisch den, den Bildungsbereich ansprechen und, und, und doch eine wirkliche Alternative zum, zum traditionellen Benotungssystem darstellen. Ja, machen wir. Zu den Open Badges vielleicht? Ja, ich könnte, ähm, also das ist von der Mozilla Foundation, äh, aufgesetzt, das ist eigentlich ein Framework, um, um, um halt so eine, ähm, Struktur, äh, aufzubauen, die dann Institutionen nutzen können, um, um, um diese Open Badges, äh, 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 zu vergeben. Ähm, das sagt noch nichts darüber aus, wie, äh, wie gut jemand wirklich war, wenn er so etwas erworben hat, das, äh, tut die Institution selbst, aber man sieht halt ganz gut, es gibt viele verschiedene Ansätze, ähm, um quasi ein feiner, granuliertes Messen von Lernerfolgen darzustellen. Stichwort E-Portfolio. Ähm, was wir glauben, ist, dass wir in zehn Jahren vermutlich so etwas wie einen Datenkörper haben werden, in dem auch all unsere Lernerfolge, die wir in verschiedensten Online-Kontexten, ähm, ja, getätigt haben, äh, gespeichert sind und verfügbar sind, freigebbar sind für Arbeitgeber, Freunde, ähm, soziale Netzwerke, Matching-Algorithmen, genau. Und nicht nur die Lernerfolge, sondern auch die Vernetzungen, die dabei entstehen, also ganz im Sinne einer konnektivistischen Theorie, dass die Vernetzung offen liegt und, und diese Vernetzung natürlich ein ganz großes Kapital darstellt, dass, dass man auch in den, in den Arbeitsmarkt, ja, gegenüber potenziellen Arbeitgebern, äh, darstellen kann. Okay, machen wir weiter mit der nächsten, ne? Genau. Ähm, den zweiten Trend, den wir da herausgegriffen haben, ist das Lernen in einer multisensualen Immersion, ähm, vielleicht kurz, äh, zur Immersion, ähm, es bedeutet im Grunde genommen, dass sich die Wahrnehmung der, der eigenen Person in der realen Welt in dem Maße vermindert, in dem, äh, in dem die Identifikation mit einem Avatar, also mit dem Ich in einer virtuellen Welt sich vergrößert. Das heißt, das Eintauchen in, in eine virtuelle Welt. Ähm, dafür gibt es verschiedenste Beispiele. Wir können gleich mit der nächsten Folie weitermachen. Ja, wobei das wohl eher jetzt Augmented Reality wäre. Ja, indem ich nicht in die virtuelle Welt eintauche, sondern die, die reale Welt mir mit Informationen anreichere, wie das eben Google Class macht, oder transparente Displays für, für Tablets und Smartphones, die jetzt gerade entwickelt werden. Genau, man kann da ganz gut sehen, auf dem, auf dem obersten Bild, äh, da hält jemand quasi diesen transparenten Display über eine Spur. Also, das sind Kinder, die, die im Wald unterwegs sind, äh, so ein Werbevideo, äh, eine Zukunftsvision von Corning, die, die, die das kratzfeste Glas für viele Smartphones herstellen. Ähm, und ja, äh, das ist ein Computer. Er erkennt, äh, was das für eine Spur ist und bildet Informationen dazu ein. Und wir glauben, dass das in sehr, sehr vielen, nahezu allen Situationen, äh, im Alltag prinzipiell möglich sein wird. Und dann eben durch solche tragbaren Geräte, wie Google Glass, äh, ja, wirklich möglicherweise sich komplett in unser Leben integrieren könnte. Genau. Also, man braucht da nicht mehr mit so einem, mit so einem Gerät durch die Gegend laufen, sondern es ist, es ist wesentlich, äh, besser integriert in, in den, in den Alltag. Und noch wesentlich besser als Google Glass lässt sich dann diese Vision in den Alltag integrieren. Ein Bild weiter, bitte. Hier wird die Google Glass, äh, Funktionalität nämlich wirklich implantiert. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen, bisschen heftig, aber man kommt, man bekommt dann also über das, man könnte sagen, ein, ein Augmented, äh, Human Eye, ja, bekommt man, bekommt man eingespiegelt die, die Information aus den, aus den Social Networks. Und, äh, ja, es ist mir schade, dass wir jetzt hier keinen, keinen Film oder Ausschnitt zeigen können. Aber hier, hier ist eine, eine Gesprächsszene eines Flirts zwischen, zwischen einem Mann und einer Frau. Und, und es wird also immer in das, in das verbesserte menschliche Auge Information aus, aus ihrem Social Network Profil eingebettet, eingebettet. Das heißt, er weiß, er weiß immer schon, äh, welches Getränk sie gerne hat und, und, und welche Filme sie gerne hat und, und kann dementsprechend dann das Gespräch lenken. Ein großes Thema, was sich hier andeutet, ist Privacy natürlich. Ähm, mal gucken, ob da vielleicht nachher noch ein paar Fragen zukommen. Ich würde das jetzt mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit einfach nur als Stichwort nennen. Ähm, aber das wird bei Google Glass sicherlich auch eine große Rolle spielen, wenn es dieses Jahr rauskommt. Ähm, was machen die Leute, wenn dort irgendjemand mit so einer Brille durch die Gegend läuft und potenziell alles mitschneidet, was er tut, das auf Google-Server lädt, ähm, ja, und im Grunde genommen, äh, einer, einer Firma Augen in die Welt verleiht. Ähm, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen scary. Ich meine, die, die Problematik haben wir jetzt natürlich auch schon, ich kann jetzt auch schon mein Smartphone, äh, immer mitlaufen lassen. Aber die, die Problematik verschärft sich natürlich. Okay. Gut, wir sind bei den sensorischen, äh, Aspekten. Geruchsfernsehen. Genau, das ist im Grunde genommen einfach nur, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie es umgesetzt ist. Das ist, äh, äh, ja, auch schon seit längerer, äh, Zeit im Umlauf. Ich glaube, es gibt, es wird irgendwie über Erhitzen, äh, äh, ja, quasi so einer bestimmten Box mit chemischen Grundstoffen, äh, äh, geregelt, ähm, soll einfach nur andeuten, diese multisensuale Immersion, äh, das heißt, den, den Trend dazu, dieses Realitätsgefühl in einer virtuellen Welt, äh, zu verstärken, äh, dass das sich eben auch auf andere Sinne ausdehnen wird, äh, und dass so der große, äh, Trend ist, dass es eben, äh, immer mehr, immer schwieriger von der Realität zu unterscheiden ist, also immer vollständiger unsere Sinne angesprochen werden, ähm, und die Illusion immer perfekter wird. Wobei ich mir bei, bei Gerüchen nicht wirklich sicher bin, ob ich das immer haben will. Ich glaube, einige Kriegsfilme, äh, würden zumindest andere Gefühle auslösen, äh, äh, in 14-Jährigen Möchtegern-Soldaten. Ja. Okay, nächste Folie, oder? Genau, das, das war hier auch eine, eine Präsentation auf einer Messe 2008, und ich finde, ich finde es so interessant, wie, wie altmodisch dieses fünf Jahre alte Handy aussieht, und, und auch aus dieser, aus dieser Rückschau, glaube ich, sieht man, sieht man auch, wie schnell die Entwicklung, äh, voranschreiten wird. Äh, das war hier ein, 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 eine Testaufbau, eben Gerüche zu übertragen über Mobiltelefon. Und in dieser, in dieser silbernen oder metallenen Box sind eben verschiedene, äh, Geruchstoffe drinnen, die dann erhitzt werden, und so weiter. So altmodisch wird unsere Präsentation vermutlich in zwei Jahren dann auch wirken. Genau. Machen wir uns weiter lächerlich mit der, mit der nächsten Folie? Ja, auch, auch ein, auch ein sehr spezielles Szenario, das ist eine, eine Weste, eine, also eine Drahtweste, die man, die man anziehen kann, äh, die dann analysiert, äh, mein, mein Gegenüber in einem Gespräch, und, und dann mir, mir sensorisches Feedback gibt, äh, wie ich meine Körpersprache dem, dementsprechend anpassen sollte. Das heißt, wenn, wenn jetzt Bastian zum Beispiel sich, äh, sich ganz entspannt zurücklegt, ja, dann würde mir dieses, äh, Gerät wahrscheinlich empfehlen, ja, ich sollte das spiegeln, ich sollte mich jetzt auch entspannt, äh, zurücklegen, äh, und, also es ist ein, 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 ein impulsischer Feedback-Generator für, für meine, für meine Körperhaltung. Mhm. Genau, wir können ja auf der nächsten Folie, wird das, glaube ich, so ein bisschen fortgesetzt, was da für Anwendungsfälle vorstellbar wären, genau. Ähm, das ist jetzt ein System, was einem dieses Feedback beim, äh, Snowboardfahren lernen geben soll. Äh, relativ frisch wird, wird gerade entwickelt, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es ist erstmal einfach nur eine wissenschaftliche Studie, ähm, ja, aber man, man braucht, äh, quasi ein bisschen Zeit, um dieses Feedback, was man da bekommt, auch wirklich zu verstehen, also man muss das am Anfang ein bisschen, ein bisschen lernen, aber danach, äh, zeigt es wohl deutliche Erfolge, weil man eben sofort in Echtzeit ein, ähm, ein, sehr körperlich spürbares, äh, Feedback dazu bekommen, wie, wie man da auf dem Brett steht und was man vielleicht anders machen sollte. Das nächste ist noch ein, ein haptisches, äh, Feedback-System. Äh, man sieht hier, die, die beiden haben auch so ein, ein Herz und, und noch ein anderer, andere Riemen um die, um die Brust gewickelt und, äh, das soll also bei, bei Real-Time-Kommunikation, also wenn Bastian und ich jetzt hier flirten würden, und dann, wenn es aufregend wird, dann, dann würden wir, dann würden wir spüren, wie unser Herz anfängt zu schlagen, gegenseitig hier. Kannst du dich dein Herz spüren, dein Herzschlag. Ganz unbedingt absolut, äh, sehenswert, das Video dazu, ähm, ja, nee, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal nichts, ich möchte die wissenschaftliche Leistung nicht schmälern, aber es, äh, hat auf mich schon einen sehr glückigen Anstrich, ähm, aber der, der Grundgedanke ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr, eine sehr mächtige Technologie. Ja, 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 aber es wirkt, wirkt einfach skurril. Okay. Ja, das, das nächste ist, ist eher eigentlich wieder jetzt so Augmented, äh, Reality, äh, es ist ein, ein Art Holo-Desk, oder wie würde man das bezeichnen, Bastian? Ja, genau, das System heißt, glaube ich, sogar sowas von Microsoft, genau, nutzt die Kinect, äh, um die Bewegung, äh, zu erfassen und projiziert dann holographisch, Gegenstände, spannend wird das eben, wenn es auch in, äh, in, äh, Echtzeit umgesetzt werden kann, ähm, das kann man hier jetzt nicht so gut sehen, wie in den Videos, die es dazu gibt, aber im Grunde genommen, äh, wirft dort jemand, äh, einen Würfel oder eine Kugel von einer Hand in die andere oder nutzt eine, eine Tasse, ähm, und das ist zwar alles noch so ein bisschen, ähm, ja, im, im Ausprobier-Stadium, aber man kann ganz gut erkennen, wo das hinführen kann und wir glauben, dass, äh, Holographie auf jeden Fall eine ganz spannende Technologie ist, die in zehn Jahren vermutlich sehr weit verbreitet sein wird. Ich glaube, ich glaube, Holographie wäre auch dann interessant, jetzt nicht nur für, für, für Simulationen, sondern eben wirklich dann auch für die, für die Simulationen von dreidimensionalen Videokonferenzen, ja, dass jetzt also Bastian und Jöran nicht so zweidimensional hier auf meinem Bildschirm sind, sondern dass wir wirklich um, um einen Tisch herum sitzen können. Genau, genau. Vielleicht auch den Vogel von Jöran sehen könnte natürlich. Das fehlt mir. Ähm, noch ganz kurz, bevor wir, äh, zum letzten Trend gehen, äh, nochmal ganz kurz, ähm, eine Sache, die wir jetzt hier in den Folien nicht mehr mit drin haben, was einfach nur mit einem Dropbox, äh, Konflikt von heute früh zu tun hat, ähm, ist, dass, äh, all diese Interfaces, äh, in zehn Jahren möglicherweise, äh, sehr viel näher an unseren Körper und auch an das Gehirn gelangt sind. Also es gibt einen, einen Haufen Patent, äh, Anträge zurzeit, die, die Neurointerfaces beschreiben. Ähm, das, äh, ist, äh, im Moment noch sehr stark im, im klinischen Bereich eingesetzt, äh, wird sich aber vermutlich in zehn Jahren auch stark kommerzialisiert haben, äh, und damit ist natürlich all das, was, äh, was wir jetzt hier noch, ähm, ja, quasi mit, äh, zumindest in der, in der Welt um uns herum stattfindenden Technologien, äh, äh, umsetzen, äh, möglicherweise halt sogar direkt, äh, über Ansprechen des Gehirns möglich sein. Ähm, eine Richtung dabei wäre eben mitzulesen, in Anführungsstrichen, was, was sich im Gehirn abspielt. Äh, ich glaube, komplexe mentale Zustände werden auch in zehn Jahren, äh, meiner Ansicht nach, äh, damit noch nicht erfasst werden. Ähm, es gibt viele Philosophen, die sagen, es geht überhaupt nicht. Ähm, ich bin prinzipiell ein bisschen anderer Meinung, glaube da aber nur an, äh, Statistik, ähm, das heißt, dass wir uns solchen Aussagen annähern können werden. Ich glaube aber, dass es wirklich noch einige Zeit dauern wird, bis wir soweit sind. Einfachere physische Zustände meinetwegen, wie Schmerz, ähm, kann man aber möglicherweise, äh, nicht nur mitlesen, sondern in zehn Jahren unter Umständen sogar übertragen. Ähm, das will einfach mal nur noch andeuten, dass es auch in diese Richtung, äh, sehr viele, ähm, ja, sehr, sehr viele Entwicklungen gibt. Genau. Und dann machen wir weiter mit, äh, Trend 3, ne? Genau. Wobei, wobei man sagen muss, also die, das soziale Lernen kann natürlich wunderbar in den, in den vorher schon gezeigten technischen Entwicklungen stattfinden, also in dieser verbundenen Haptik und in, mit, mit Hilfe von Google Glass und so weiter. Deshalb vielleicht nur noch auch ganz, ganz kurz technische Möglichkeiten, das zu erleichtern. Ja. Eins weiter, bitte. Genau, also das hier wäre ein, wieder ein transparentes, äh, äh, Tablet, äh, das dann Augmented Reality, äh, da ein Dinosaurier in den Wald, äh, 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 einblendet. Und, äh, diese Erfahrung kann natürlich wieder gemeinsam mit anderen gemacht werden. Hier ist man dann hinterher im Wohnzimmer und zieht sich das noch an. Aber es könnten natürlich auch von überall her, äh, äh, noch, noch andere an dieser Lernerfahrung teilhaben. Eins weiter, bitte. Hier gibt es in den, in den medizinischen Bereich, äh, dass, dass sich also Ärzte, die auch, sich auch nicht an einem Ort befinden, äh, gemeinsam hier Untersuchungsergebnisse ansehen können, Diagnosen zu erstellen. Und das Letzte sind hier vielleicht auch noch eine interessante Entwicklung, äh, Drohnen, die, die immer kleiner werden und natürlich auch dann Audio und Video übertragen und fernsteuerbar sind, äh, und mit denen ist natürlich dann auch, äh, äh, ja, verschiedenste Szenarien denkbar, die dann aber auch, wo mal Hinweis im Abschluss, äh, Bericht dann beschrieben werden. Genau. Also beim, bei dem sozialen Lernen, das ist natürlich nichts Neues, hat David ja schon gesagt. Ähm, was wir hier spannend finden, ist eben einerseits die Verbindung mit all diesen neuen Technologien, äh, die wir, äh, jetzt versucht haben zu beschreiben und andererseits auch die Menge an Daten, die in dem, äh, prognostizierten Internet der Dinge, äh, auftauchen werden. Das heißt, ähm, wenn alles miteinander vernetzt ist und, äh, sehr, sehr viele Bereiche sensorisch erfasst sind, egal, ob es den menschlichen Körper angeht oder, äh, die Systeme, in denen wir, in denen wir Erfahrungen machen, online, ähm, das wird, wird in Zukunft, in zehn Jahren möglicherweise fast alles sein, was wir tun. Dabei entstehen Daten, die können ausgewertet werden, ähm, und, ja, und im Grunde genommen dann in all ihrer Komplexität, äh, und möglicherweise in Echtzeit, ähm, mit Menschen in der ganzen Welt geteilt werden, ähm, und natürlich auch dazu genutzt werden, um Erkenntnisse zu gewinnen darüber, wie Leute all das tun, was sie tun, äh, in unserem Fall halt vor allem das Lernen. Ja, sind wir durch, oder, David? Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, für den kleinen Rundgang durch die Zukunft, irgendwo ist es ja so zwischen Gegenwart und Star Trek, so ganz seltsam, also vom Zeitgefühl, ähm, Google, Glass, irgendwie kann man jetzt, glaube ich, für 1.500 Dollar als Entwickler sich drauf bewerben, dass man eins kriegt, in der frühen Version, und, äh, manche Sachen sind dann doch irgendwie eher noch so Raumschiff-Enterprise-mäßig weg. Ich habe gerade den Chat schon geschrieben, jetzt bitte viele Widersprüche, Fragen, Ergänzungen, etc. dahin, und greift die dann gleich auf. Vorher sei noch der Abschlussbericht erklärt, der eben schon zweimal erwähnt wurde, aus dieser Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft entsteht, querstrich entstand auch ein Abschlussbericht, der sowohl im Internet als auch auf Papier erhältlich ist, und zwar ab März, Ende März, Anfang April 2013. Falls Sie schon in dieser Zukunft sind, können Sie einfach mal auf kollaboratory.de gucken. Falls Sie jetzt live zugucken, müssen Sie noch warten. Ich gucke mal in den Chat und lese ein bisschen von dort vor, weil in der Aufzeichnung man den Chat natürlich nicht lesen kann. Daher lesen wir ein kleines bisschen Internet vor. Die erste Frage, beziehungsweise der erste Widerspruch kam von Benjamin Wagner. Er schrieb, ich würde widersprechen, dass Sozialstern nichts Neues ist. Bisher kennt das nur eine sehr kleine Gruppe der Bevölkerung, und das Ganze ist, was Usability und Unterstützung von Interaktivität betrifft, doch noch sehr in Entwicklung. David hat schon vier Wörter im Chat geschrieben. David, magst du noch mal mehr kommentieren? Ich denke, es ist eine Frage der Zielgruppe. Also, wenn ich das einsetze unter meinen Studierenden und die Aufgaben entsprechend gestalte und die Tools zur Verfügung stelle, dann passiert dieses soziale Lernen. Ja, auch in diesem formellen Setting. Aber ich glaube, soziales Lernen passiert ganz stark auch informell, nämlich wenn wir uns in Foren austauschen im Internet, weil wir irgendwas wissen wollen. Oder ich gebe die Plattform werweißwas.de oder Yahoo Answers oder was auch immer. Dann passiert das. Aber natürlich in vielen traditionellen Settings ist es wahrscheinlich noch immer sehr traditionell. Also Schule. Vielleicht kann ich das kurz noch mal erläutern. Ich dachte jetzt nur, es ist keine ganz neue Sache mit dem sozialen Lernen, weil im Grunde genommen selbst die Schaffung eines gemeinsamen Ortes, um sich auszutauschen, wie es Universitäten meinetwegen sind, das hätte ich jetzt an der Stelle auch schon als soziales Lernen betrachtet. Insofern meinte das, glaube ich, einfach auch was anderes. Ich würde gerne den nächsten Punkt aufgreifen. VHS Kreis Euskirchen schreibt, ich habe das Gefühl, dass die meisten Dinge doch eher eine längere Zeitperspektive haben. 100 statt 10 Jahre. Die Menschen sind nicht so schnell. Und da würde mich auch noch mal eure Einschätzung interessieren. Das ist auch was, was mich tatsächlich immer wieder umtreibt, diese Frage, wenn diese Entwicklung tatsächlich so rasant weitergeht, wie sie derzeit so verläuft. Man denkt, Wahnsinn, jetzt ist irgendwie diese Brille schon da und wenn man dann hochrechnet mit den normalen Zyklen, dann ist sie halt irgendwie für wenige 100 Dollar, es ist nur die Frage, ob es in drei oder vier Jahren ist, dass sie sozusagen da massentauglich ist, etc. Erstens wäre also die Frage aus dem Chat, wie nehmt ihr das wahr, die zeitliche Entwicklung insgesamt? Was wären eure Prognosen? Und dann noch mal auf der Meta-Ebene, wie gehen die Menschen damit um? Also kann das sozusagen mit diesem eher exponentiellen Tempo der Entwicklung weitergehen? Und falls nicht, wie dann? Also ich glaube, es wird weiterhin unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Es gibt Early Adopters und viele, die da nachziehen. Aber wenn man sich ansieht, wie schnell bestimmte Technologien eingeführt worden sind, wie das Mobiltelefon, ja, von Mitte der 90er Jahre innerhalb von 15 Jahren eine Verbreitung von 100 Prozent, dann glaube ich schon, dass die Beschleunigung nicht aufhört. Dass eben die Zeitabstände von Early Adopters bis Massentauglichkeit auch immer kürzer werden, das wollte ich sagen. Ja, Joran, ich glaube auch, dass diese Prognosen möglicherweise sogar noch nicht weit genug gegriffen sind. Also wir haben schon manchmal auch da gesessen und gedacht, hey, 10 Jahre? Nee, in 10 Jahren ist das auch im hintersten Winkel der Arktis angekommen. Aber in 5 Jahren, wenn das so abläuft wie mit Mobiltelefon, dann haben wir so etwas wie Google Glass in 5 Jahren als Standardtechnologie, Augmented Reality, Datenbrillen, all das, was dann im Hintergrund passiert, dass das über die Netze aufs Server geladen wird und man dort mit Algorithmen alles Mögliche mit diesen unglaublich vielen Daten anstellen kann, ich glaube, wir werden sehr viel schneller in der Zukunft unserer Science-Fiction-Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, ankommen, als wir denken. Ansonsten zur zweiten Frage, da teile ich das Fragezeichen mit dir. Ich weiß es selber nicht genau. Ich glaube auch, es ist rasend schnell, es beschleunigt sich, diese Entwicklung. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, wie wir als Menschen damit umgehen werden. Ich glaube, dass Technologie und technologischer Wandel zu einem zentraleren gesellschaftlichen Thema wird. Also, dass wir ganz neue Methoden finden müssen, damit umzugehen. Ja, dass es auch als Politikfeld meinetwegen wichtiger wird. Aber ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie das im Leben der Einzelnen sich auswirken wird. Wir haben noch ein Feedback von Benjamin Wagener nochmal. Er schreibt, ich denke, dass die Entwicklung im Zusammenhang mit Mobile Devices weiterhin recht schnell vorangehen wird. Google treibt ja jetzt auch die Entwicklung im Bereich Augmented Reality mit Ingress recht stark voran. Was ist Ingress? Kennt das jemand von euch? Nee, ich habe gerade gegoogelt. Und es dürfte eine Art Spiel sein, das sehr viel mit Augmented Reality arbeitet. Ich tue es mal in den Chat rein. Okay, weitere Fragen, Last Call, Fragen, Anmerkungen etc. M. Andra schreibt, könnte eine allgemeine Verfügbarkeit von Technologien wie Google Glass und besserer mobiler Internetabdeckung, LTE, zu einem radikalen Paradigmenwechsel in der Bildung führen. Reines Faktenwissen ist ja dann noch weniger vonnöten. Meiner Meinung nach absolut angemessener Punkt. Ja, wir hatten, ich glaube, das ist hier jetzt gar nicht so sehr rausgekommen. Wir stellen uns vor, dass die Rolle der Lehrenden in der Zukunft eher die NS-Coaches sein wird, der zwischen den Technologien und den Auswertungen, die sie ermöglichen, und den Lernenden selbst in ihren sozialen Kontexten vermittelt. Ja, David, willst du auch was sagen dazu? Ich habe jetzt ganz schön die nächste Frage gelesen. Ah, okay. Bin ich auf deren Antwort konzentriert. Die kann ich beantworten, die nächste. Ich lese sie dann nochmal vor, damit auch die Leute in der Aufzeichnung wissen, wovon wir reden. VHS-Kreis Euskirchen schreibt, wir haben in zehn Jahren, davon war die Rede, noch mehr ältere Leute. Die sind jetzt schon zurückhaltend, nicht alle, aber doch viele. Die Einführung von Internet hat Jahre gedauert, also ich glaube nicht an diese Schnelligkeit. Aber sicher gibt es das in spezialisierten Gruppen, Studenten dann. David ist schon vorbereitet. Ja, ja, ich meine, vielleicht noch nicht in zehn, aber in 20 oder 30 Jahren gehöre ich dann auf jeden Fall auch zu diesen älteren Leuten. Und meine aktuelle Peergroup auch. Also das heißt, die älteren Leute von morgen und übermorgen sind nicht mehr die älteren Leute von heute. Das heißt, das sind dann auch schon sogenannte, ich mag den Begriff nicht unbedingt, aber immer mehr ältere werden Digital Natives. Und sie haben im Laufe ihres Lebens gelernt, mit neuen Technologien umzugehen. Und sie werden auch in, wenn sie 60 oder 70 sind, dann noch leichter lernen, mit neuen Technologien umzugehen. Also da bin ich optimistisch. Ja, bis dann haben wir ja neue Technologien neu. Okay, also die lernen das dann. Die lernen natürlich die neue, die haben vor 95 haben sie gelernt Mobiltelefon, 2007 haben sie ihr erstes iPhone gehabt, 2015 werden sie ihre ersten Drohnen starten und so weiter. Ja, nach Douglas Adams hört diese Entwicklung, diese Bereitschaft für neue Technologien ja mit 35 auf. Also ab dann ist ja alles gegen die natürliche Ordnung der Dinge, was an neuen Technologien entsteht. Ja, das glaube ich nicht. Und das wäre eine interessante Frage eben, ob sozusagen die, die jetzt vielleicht, also ich bin jetzt 36, würde sagen, ich habe sozusagen jetzt irgendwie schon ein bisschen die zwei letzten Jahrzehnte mindestens geübt, neue Technologien irgendwie zu nicht mehr neuen Technologien für mich zu machen. Ob das für die Zukunft für mich tatsächlich auch noch hilft oder ob es mir langsam nicht zu viel wird, dass irgendwie diese ganze neumodische Quatsch mit YouTube und so weiter. mal kommt. Gut, ein Hinweis von Benjamin Wagen, da hatten wir noch als Ergänzung, Ingress ist ein Spiel, das auf dem Prinzip des Geocaching aufbaut und dazu Augmented Reality über das Smartphone verwendet. Danke für den Hinweis. Und letzte Frage von VHS Kreis Euskirchen. Ist kristallines Lernen bei Älteren auf einmal obsolet? Jetzt müssen wir erstmal den Begriff beinterpretieren. Der ist mir jetzt ein bisschen neu. Weiß jemand, was kristallines Lernen ist? Vielleicht zu klein segmentiert. Aber... Der googelt mal schnell. Ich bin gerade dabei. Vielleicht auch einfach über den Chat. Was wäre es denn? Ich kenne den Begriff tatsächlich auch nicht. Bin aber auch kein Pädagoge. Kristallines Lernen. Mal gucken, ob VHS Kreis Euskirchen uns das schnell schreiben kann. Wahrscheinlich googelt der ganze Chat gerade parallel. Und damit sind wir auf dem Kommentar von Gast273. Gast273 schreibt nämlich, ohne angemessenes Faktenwissen kann man die Informationen, mit denen uns die Technologien versorgen, nicht selbstständig und unabhängig bewerten. Das können wir schnell einfügen. Und dann schreibt Gast273 aus der Wikipedia, die kristalline Intelligenz umfasst alle Fähigkeiten, die im Laufe des Lebens erlernt, beziehungsweise durch die Umwelt bestimmt werden. Dabei ist die kristalline von der fluiden Intelligenz abhängig. Sie umfasst sowohl explizites Wissen, semantisches und episodisches, wie zum Beispiel Faktenwissen, als auch implizit gelerntes, bestimmte Verhaltensweisen, Fahrradlernen, Rechnen, etc. Schön. Das ist Social Learning, was wir hier machen. Wir lernen gemeinsam. Das ist schön. Ich habe auch mehr und mehr die Erfahrung gemacht, sowohl beim CoLab als auch hier ist das jetzt sehr schön, dass man da sehr unneitel sein sollte. Gerade was die Technologien angeht, es passiert alle zwei Tage irgendwas Neues, Weltbewegendes. Man ist so schnell hinterm Berg und weiß einfach gar nicht mehr Bescheid. Da sind wir, glaube ich, alle noch mal so ein bisschen Kinder im Kindergarten. Second Life. Okay, ich würde jetzt mal für uns alle drei mir anwarten, zu sagen, dass wir zu wenig über kristalline Intelligenz wissen, um das einordnen zu können. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Finde ich aber sehr spannend und werde ich mir anschauen. Genau. VHS Kreis Euskirchen hat genau dazu auch noch mal was geschrieben. Das werden wir uns jetzt dann noch mal nach dem Hangout angucken. Da haben wir noch mal was gelernt. Vielleicht kann man die Frage irgendwie anders formulieren. Also es ging ja darum, ob das obsolet sei. Vielleicht können wir das auch noch ein bisschen anders stellen. Also was zu der Annahme veranlasst. Es gab ja gerade schon den Kommentar, man wird älter und basiert sich auf Erfahrung und lernt nicht so leicht neue Dinge. Klar werdet ihr älter, also wir, aber das bedeutet auch, dass ihr irgendwann nicht mehr so mitkommt, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Jeder. Das macht natürlich ein bisschen Angst, aber wird wohl so sein. So ist es mit dem Älterwerden. Jetzt gibt es ein wunderbares Schlusswort, das würde ich jetzt noch aufgreifen wollen, von Gast 474. Lernen hat mit Begeisterung zu tun. Das ist wahrscheinlich was, von dem wir alle behaupten würden, das bleibt so. Und dann würde ich das tatsächlich jetzt als Abschlusswort nehmen und noch die Gelegenheit nutzen, einmal Werbung zu machen, einmal Danke zu sagen. Danke für alle, die im Chat dabei waren, die die Fragen gestellt haben, die die Kommentare eingebracht haben, etc. Vielen, vielen, vielen Dank an David Röthler, der uns seine Expertise zur Verfügung gestellt hat. Bastian Haarmann, der uns auch seine Zukunftsperspektive, seine Einschätzung, etc. dazu gebracht hat. Und wir müssen auch noch in Abwesenheit Tina danken, die zwar heute nicht dabei war, aber natürlich auch mitgewirkt hat an der Vorbereitung des Ganzen. Das Collaboratory gibt es weiterhin, diese Reihe von Hangouts gibt es weiterhin auf der Seite des Collaboratory, also collaboratory.de, gibt es die weiteren Termine. Beziehungsweise, falls Sie das weit in der Zukunft sehen, gibt es schon alle Aufzeichnungen, auf die wir hier von heute aus noch gespannt warten. Also auch dieses Video gibt es dann als Aufzeichnung, wenn Sie jetzt live schauen und sagen, oh, was haben Sie aber in der ersten Hälfte gesagt, gucken Sie nochmal da vorbei, ab morgen finden Sie das als Aufzeichnung. Vielen Dank für heute, vielen Dank auch an unsere Produzentin Blanche Fabri, die uns mit allem an Technik versorgt hat, was wir heute so haben konnten und dafür gesorgt hat, dass das Ganze reibungslos ablief. Also, Gruß in alle Richtungen, zeitlich und räumlich, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss.